hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mark of minigames standard bedwars mit mir dem crafting pyre und dem dev john 18 11 standard ist bedwars 4 4 mal 3 die map die fändischer wird die musik letzten aus raster mehr ja so ist nur Oh, Boarmy. Boarmy, alles klar. Oh, Alter, wer der Unicorn bla schießt mich tot, der kann fast brutschen. Da haben wir jedenfalls kein Loops im Team. Auch wenn wir Loops sind. Alter, ich versuch schon zu fast. Oh, schon 3-4 Blöcke bin ich gekommen. Und bin einmal von der Taste abgerutscht. Wie gesagt, ich komme jetzt bei mir ein bisschen weniger Videos, weil ich eine schlechtere Festplatte habe als vorher, die nicht so... Ich habe aber Skype im Hintergrund offen und das hat sich auf einmal geschlossen und dann wieder neu geschaut. Und dann wollten die meine, äh, Counterdaten haben. Alle, die jetzt auch offen entscheiden können. Hä, das wird der von Forbes ge... gecuttet. Wo ist der? Wo ist der? Oh, ich und so ist... Sie sind gefahren, dass ich auch schon den... Er... No, mein Nekroment zieh, Alter. Der hast ihn grad so gerasiert. Kein Bett mehr. Oh, der hatte leider ein Goldschwert. Na, die Runde war gar nicht mal so schlecht. Also ein Kill, aber... Aber geh... Geh noch nicht weg, ich bin noch in der Runde. Ja, dann gibt's an dieser Stelle wahrscheinlich einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder, wenn David, äh, rausgeflogen ist. Bis, glaube ich, später. Hallo. So, wir sind wieder da. Und zwar ist David gerade durch einen richtig dummen Tod gestorben. Und zwar durch Fallschaden. Ich wollte euch den Tod so schön da reinschneiden. Aber das war sehr unerwartet. Aber naja. Wir sehen uns jetzt 8x1. Und da zeig ich euch meine Skills. Und David, was denkst du? Gewinnst du die Runde RIs oder RIs? Safe nicht. Na, zu Team Gelb gehe ich nicht. Da bist du. Na, ich baue mich zur Mitte. GG. Ab zur Mitte. So ist das, ähm... Deutscher Lukas. Ach du Scheiße, da kenn ich einen, der so heißen könnte. Ah, übrigens wir haben gerade nur ne Runde aufgenommen, aber die war nicht so nice. Ne, David? Ne. Ja. Ja. Voll mit Hackern und so weiter. Aber das kriegen die scheiß Hackern... Was? Das ist mal... Eisenblock hier Dispo... Play Infinity bugged. Mal wieder. Ist, ist aber nichts... Deutscher Lukas ist schon wieder tot. Aber wäre ja nichts Neues, dass Play Infinity buggt. Wie gesagt, ich such mir noch einen neuen Server bei Play Infinity, da kann man nicht mehr drauf verzocken. Der war mal geil, aber der ist scheiße. Weil... Weil... Weil zum Beispiel David, äh... Hatte... Äh... Äh... Hatte mal Safewalk drin. Das war ja die falsche Seite. David, wir machen's so, wir versuchen in das 1 versus 1 zu kommen, okay? Mhm. Das ist ja... Ihr kürzt kein richtiges Teaming. Das ist ja nur... Chilling. Ja, Pixelcraft denkt, er wär cool. Die Hoffnung machen wir ihm gleich mal kaputt. Brille 4, man. Ja, wir sind jetzt. Die ist schon mal kaputt, aber sapp soll man sein. Der ist schon raus. Ha! Und jetzt? Ich bin der in der Mitte. Ich bin der in der Mitte. Ich bin der in der Mitte. Alles auf. Genau da, wo ich sage, alles auf. Ich bin der im Ende. Du mal, ja. Du hast hier. Was? E-Skill da, Alter. Das war... Er hat einfach so geholfen. Als ob wir im 1-1 sind. Das ist geil. Das ist geil. Ja, 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 ja. ja ich kann es ja nicht hören was ja dann du scheiße laut Flieg doch, Junge! Guck! Du bist volle Küfte meiner Base, was soll ich tun? Oh! Alles Ob! Alles Ob! Das war so Lack, ne? Das war Lack pur! Ich glaube, da stimmt es mir zu, das war kein Skill, das war nur Lack. Also das sage ich selber. Aber wie gesagt, Spawn trappen finde ich richtig scheiße. Aber ich glaube, diesmal David gewinnt das 1-2-1, weil ich finde die... Map auch persönlich scheiße. Ich kenne ja... Ich kenne ja keine Secrets, Secrets und so weiter. Außerdem hat David den besseren Weg. Yo, jetzt ist er schon wieder full equipped. Du willst mich ver-kack-eiern? Yo! Du musst fliegen, David! Ich hab dich von der Seil-seilte gehauen, aber nein. Er fliegt nicht. Alles klar. Ja, du musst mich jetzt treffen. Das ist das... Yo! Jetzt baut er mich hier ein! Ich kann mal. Alles klar, ich hab. Als ob. Was? Ich hab' mein Mann. Mann, ey! Ich kann... Hier we go! Alter! Warum... Ich... 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 não. Auch Junge. Ach Junge. Ich bin mal der button gefahren. Nein. Komm, tö��요! Töööööööööö. Maaaan. Es kann nicht wahr sein. Du hast Flex drin. Jaa hast du. Mann, du musst doch sterben Ja, genau Jetzt stirbst du erst Ja, tolle Sache Mann, ey, schöne Hex Ja, nee, ist klar, Hex Jetzt baut er den Block nicht auf Play Infinity, du Kack-Server Mann Jetzt baut er den behinderten Block nicht ab Ja, David, halt die Play Infinity Mann, ich geh jetzt den Scheiß Hauen, er soll in die Fresse hauen Wo ist der Liegst nicht runter Ja, nur weil ich's gedacht Mann, es ist hier kein Supporter an, das ist das Wie ein Kack-Server Angeblich kompetenter Support Wo ist der kompetent Hier ist kein Supporter an Da ist Da ist Hex Mocke Haut Leon, was soll ich machen? Nichts Wenn sie wieder so aus ... Randy! Aber das war wirklich kein Hex, ne. Das war skill! Jaa... David ... BÖÖÖÖ JA Hier! Da wird's macht DICH SCHE있zia aus! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich wollte euch nochmal sagen, nehmt das nicht ernst, was ich gerade gesagt habe, ich war leicht gereizt.